Mary Shelley war eine sehr gebildete Frau. Schon als sie mit 18 Jahren anfängt an Frankenstein zu schreiben, ist sie informiert über die wichtigsten Debatten und eine der Debatten ihrer Zeit ist eine über die Medizin und die Biologie, nämlich die Vitalismusdebatte, bei der es um die Frage geht, was ist lebendig und was nicht. Und Mary Shelley nimmt das auf und erwähnt auch explizit Galvani in ihrem Vorwort. Luigi Galvani hat im späten 18. Jahrhundert beobachtet, dass an präparierten Froschschenkeln Kontraktionen eintreten, wenn sie in Kontakt mit Elektrizität kommen. Die Idee, dass Elektrizität fundamental ist für Lebensprozesse, die mit Muskeln und Nerven zu tun haben, ist nach wie vor eines der Fundamente der Medizin und der Physiologie seit rund 200 Jahren. Eines der faszinierendsten Felder heute in der Elektrophysiologie sind Implantate und Prothesen. Beispielsweise gibt es die Möglichkeit, künstliche Gliedmassen elektrisch ans Nervensystem anzuschliessen. Aus diesem Grund fasziniert Frankenstein auch heute noch, weil Frankenstein ähnlich wie in diesem Gebiet der Implantate und der Prothesen die Grenzen verschwimmen zwischen künstlich und natürlich, technisch und biologisch. Ich glaube, der Roman erzählt etwas sehr Bedeutendes über unsere Gesellschaft, dass wir nämlich immer, wenn wir etwas Neues entdecken wollen, dass das zu einem Preis kommt. Ich glaube, davon können wir lernen, wie wir wissenschaftliche Erkenntnisse einordnen müssen. Dass nämlich immer, wenn wir etwas Neues entdecken, sagen wir künstliche Intelligenz, dass dann auch der Begriff dessen verändert wird, wovon wir ausgegangen sind. Zum Beispiel Intelligenz. Das wird nicht mehr das Gleiche sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020